Wir reden für die Ewigkeit, doch sagen etwas für Sekunden, sprechen nur für Augenblicke, handeln an ein paar Minuten, zeigen ihnen, wo wir sind und bleiben auf den Straßen unserer Stadt. Zeigen ihnen, weil wir wollen, dass sie wissen, wo wir sterben, auf den Straßen unserer Stadt. Auf den Straßen unserer Stadt. Identitäten sind keine Automatismen dieser Gesellschaft, wir haben das globale und ich, Gesellschaft im Satz. Ihr findet uns, ihr findet uns auf den Straßen unserer Stadt. Ihr findet uns auf den Straßen unserer Stadt. Wir sind wie ihr.